Wir kommen bei Blue Moon Animal Center in Urgada. Wir sind ein Tierheim in Ägypten. Wir kümmern uns um Strassenesel, Strassenhunde und Katzen und alles was nicht gewünscht ist. Wir hatten natürlich eine sehr schwierige Zeit mit Pandemie und dann als die endlich vorbei war, hatten wir den Krieg. Jetzt hat niemand mehr Geld, aber unsere Tiere wollen trotzdem essen und es ist uns nicht ganz so einfach, die Tiere hier durchzubringen. Aber wir bleiben am Ball, wir tun unser Bestes und dank der Hilfe von vielen, vielen lieben Tierschützern sind wir im Stand, diesen Eselchen zum Beispiel da zu behalten wie auf einem Gnadenhof. Aber sie brauchen Hautfutter und Wasser und Pflege und dafür sind wir sehr dankbar auch im Animal Spirit, die uns alljährlich unterstützen für unsere Tiere. Vielen, vielen Dank euch allen und alles Gute! Hallo, ich bin der Franzose Plank. Ich bin nach drei Jahren endlich wieder mal hier zu Besuch in Blue Moon in Urgada, Ägypten. Und habe gesehen, den Eseln geht es immer noch gut. Sie werden gut versorgt trotz aller finanziellen und sonstigen Schwierigkeiten, die momentan weltweit herrschen. Und darüber freue ich mich, weil wir haben ja immerhin geholfen, diese Esel zu retten und die Entsalzungsanlage zu installieren. Und dadurch gibt es jetzt immer frisches Trinkwasser. Und ja, die Gehege sind auch noch gut. Es wäre noch viel mehr notwendig, auch an Personal und an Einrichtungen, also an Klinik und so weiter. Aber mit den Möglichkeiten, die hier herrschen und mit den Schwierigkeiten, die hier herrschen, funktioniert doch immer noch alles sehr gut. Und dafür bin ich dankbar und wir werden das weiter unterstützen und danken Moni Carrera, die das alles ermöglicht hat. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017